Für uns ist es sehr wichtig, dass wir, anstatt immer auf die Brandmauer zu setzen, wie sie von den bürgerlichen Parteien hochgehalten wird und dabei nach und nach nur zu einem weiteren, nicht zu unterscheidbaren Stein in dieser Brandmauerpolitik im Bündnis mit den bürgerlichen Parteien werden, sollten wir uns darauf besinnen, das Brennmaterial wegzuschaffen, das notwendig aus diesem System entsteht, für das die AfD eine Alternative sein möchte. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt heute, ein Plan gegen die AfD. Ja, dieser muss wie so viele andere Sachen auch auf fünf Säulen stehen. Beginnen wollen wir dabei mit einer Analyse der AfD. Es ist fundamental wichtig, die AfD wirklich aus ihrem Kern heraus zu verstehen und damit kann diese Folge hoffentlich einen ersten guten Beitrag leisten. So, es ist normal, dass wir ab und zu Begriffe wie Nazi als Polemik verwenden. Aber solche Falschcharakterisierung der AfD können erstens leicht von ihnen selber widerlegt werden und für eigene Propaganda genutzt werden. Zweitens nehmen solche Vorwürfe nach und nach jegliche Schärfe, weil sie schlichtweg nicht treffend sind. Das ist ja auch was, was wir immer wieder merken. Einfach nur ein Plakat hochzuhalten, was die AfD gleich mit dem Dritten Reich setzt, das trifft die Leute nicht. Die machen sich darüber lustig und ganz viele Leute sagen auch, naja, wenn ich mir jetzt tatsächlich einfach mal die Flyer von der AfD angucke, wenn ich mir jetzt mal eine Rede von einem AfDler angucke, dann ist das einfach was fundamental anderes, als was im Dritten Reich passiert ist. Und es führt uns auch zu absoluten Fehlschlüssen über das, was passieren wird, wenn es zu einer AfD-Regierung kommt und auch natürlich, wie wir dagegen strategisch handeln müssen. Ich finde, diese strategischen Fehlschlüsse zeigen sich dann auch aus so einer falschen Analyse immer wieder. Das ist auch die Sache. Wir müssen die AfD aus sich heraus selber verstehen, aus ihren eigenen Publikationen, aus den Aussagen ihrer Politiker und aus ihrem politischen Handeln und nicht aus Vorwürfen ihrer liberalen Gegner oder einfach irgendwelchen Polemisierung. Und das ist halt auch das Problem. Das ist auch ein Problem mit so vielen anderen Sachen, wenn wir eben über unsere politischen Gegner sprechen, aber auch Leute, ja, von denen wir uns auch einfach politisch unterscheiden. Ganz häufig vertrauen wir auch beim islamischen Fundamentalismus, beim klassischen Faschismus, beim Neonazismus, aber auch bei Konservativen und bei Liberalen, zu denen wir klar in fundamentaler Opposition stehen, machen wir uns nicht die Mühe, die eigene Publikation der Leute zu lesen. Und abseits von dem Lesen und dem Verstehen von den Sachen, die die Leute selber veröffentlichen und die sie vertreten, ist es auch wirklich wichtig, konkret mit Unterstützern an der Basis oder den Wählern zu diskutieren. Gerade in der eigenen Familie, in der Schule, im Freundeskreis oder auf der Arbeit. Und das ist halt auch so eine Sache. Bei absoluten, wirren Minderheitenpositionen kann man sich das erlauben, dass man sagt, ich möchte jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber wenn wir von der AfD sprechen, dann sprechen wir nicht mehr von irgendwie einer kleinen Kameradschaft, von ein paar versprengten Leuten, dann sprechen wir von einer wirklichen Massenpartei. Und einer wirklichen Partei, die auf dem Weg dazu ist, in vielen Teilen des Landes, allen voran in Ostdeutschland, zu einer Volkspartei zu werden. Das finde ich auch immer so krass. Es gibt immer wieder diese Äußerungen von links, die dann warten, bis eben das neue Wahlergebnis kommt und dann sagen, ah, mit zwei von zehn Leuten in Deutschland kann man nicht mehr reden. Mit drei von zehn Leuten in Deutschland kann man nicht mehr reden. Weil so und so viele Leute die AfD gewählt haben. Das wird nicht zu einem Erfolg der AfD führen. Und das wird auch nicht dazu führen, dass wir verstehen, warum so viele Leute die AfD ansprechend finden, als Lösung für ihre Probleme sehen. Weil nur wenn wir mit den Leuten im Gespräch bleiben, können wir diese Partei wirklich verstehen und können wir auch wirklich darlegen, warum unsere Positionen die bessere Alternative für ihre Interessen sind. Und was man sich dabei immer vergegenwärtigen muss, ist, so die Leute aus seinem Freundeskreis, seiner Familie etc., die sich halt damit beschäftigen, was sie sagen, die sich die Reden anhören, die sich die Texte durchlesen. Die kennen halt die Positionen von der AfD. Oder zum Teil zumindest kennen sie sie, weil die Leute haben ja nicht alles immer gelesen oder so oder komplett verstanden in dem Sinne, was da passiert. Aber trotzdem können die dann ja, auch wenn du dann halt einfach plump sagst, das ist einfach nur Nazi-Scheiße, können die darauf ja viel besser reagieren und antworten als du selbst, wenn du das einfach machst. Und wie willst du dann halt diese Leute dann da wieder rausziehen? Es muss ja darum gehen, Leute da rauszuziehen. Es sind halt Millionen von Menschen. Wenn wir es mit Revolution ernst meinen, müssen wir diese Leute halt erreichen und da halt wieder rausbekommen. Und das können wir halt nur, indem wir auf Augenhöhe mit den Menschen über das, was die AfD sagt, meint und tut, sprechen und aushandeln. Und das können wir eben nur vernünftig machen, wenn wir die AfD selber verstehen lernen. Die zweite Säule ist die außerparlamentarische Politik. Wir haben in diversen Folgen über die Notwendigkeit außerparlamentarischer Politik in Gewerkschaften, in der Nachbarschaft, auf Straßenprotesten aufmerksam gemacht und sie zum zentralen Motor von gesellschaftlicher Veränderung charakterisiert. Diese Arbeit ist erheblich nachhaltiger und weit weniger großen Schwankungen unterworfen als die linke Szene Feuerwehrpolitik, die dominierend ist in der aktuellen Zeit. Wir müssen uns nicht auf das Wohlwollen der regierenden Parteien verlassen und hoffen, dass sie ohne Bindung an Wahlversprechen tatsächlich das tun, was wir uns von ihnen erhoffen. Es liegt halt eben in unseren Händen, in unserer Kraft, natürlich nicht komplett, weil auch soziale Bewegungen den allgemeinen Ereignissen und auch die Nachbarschaft von zum Beispiel einem Wohnungskonzern beeinflusst wird, aber vielmehr eben in unseren eigenen Händen, was innerhalb von solchen Bewegungen und Basisorganisierungen passiert. Außerdem steckt in selbstorganisierter außerparlamentarischer Politik eine viel stärkere Erfahrung der konkreten Erfolge, der Wahrnehmung, dass wir selber als Arbeiter in das Volk wirken, zusammen uns ermächtigen, zusammenspüren, dass wir die Dinge verändern können, anstatt uns nur von irgendwelchen Hanseln repräsentieren zu lassen und Hoffnungen in die zu stecken, dass die schon für uns richten werden. In diesem Verständnis, dieses alltäglichen Kampfes als widerständiges Volk, einem linken Volksbegriff folgend, wie wir ihn in unserer Folge zu Volk und Demografie verwendet haben, kann dieser auch wieder eine positive Identifizierung werden, ein Verständnis, was anders ist als Teil einer parlamentarischen Staatspolitik, sondern eines widerständigen Kampfes von unten gegen oben, von Arm gegen Reich, von links unten gegen rechts oben. In so einem Kampf, der nicht nur auf Wahl von großen Köpfen basiert, kann dann auch wieder eine selbstbewusste Klassenidentität gebildet werden. Das bringt uns zu der dritten Säule, die Schaffung einer revolutionären Identität. Die Frage von Identifizierung und kultureller Zugehörigkeit zu einer politischen Strömung, auch abseits jetzt einfach von den konkreten Inhalten, das ist ja auch was, was wir aus unterschiedlichen Perspektiven auch explizit am Anarchismus in Deutschland aktuell charakterisiert haben. So, wir sehen ein fehlendes Interesse bei Nicht-Akademikern für Anarchismus, aber generell natürlich auch für linksradikale Ideen. Wir haben häufig eine sehr schlechte Verankerung in den Vierteln, denen wir wirken und die wir auch als unsere Kieze teilweise bezeichnen. Es gibt eine sehr, sehr starke subkulturelle Prägung, hier auch noch im Besonderen mit dem Anarchismus im Zusammenhang mit der Punk-Subkultur. Wenn wir uns hingegen die AfD anschauen, dann sehen wir, wie sie nach und nach bei Fragen der Identität punkten konnte. So, gerade bei dem Revival regionaler und nationaler Identität bei jungen Männern konnte sie anschließen. Das ist ja auch eine Sache, die größer auch mit Internetkultur, mit neu rechten Denken zusammenhängt. Auch eine Sache, die gerade mit ihrem Wirken als ostdeutsche Volkspartei nochmal besonders stark sich in Ostdeutschland entwickelt hat. Hier ist auch die Zusammensetzung der beiden Teile Deutschlands einfach wichtig für uns zu beachten. Wir können halt nicht ignorieren, dass es in Ostdeutschland einfach eine mehrheitlich biologisch-deutsche Gesellschaftszusammenfassung gibt, die halt ihre entsprechenden Erfahrungen von Ausbeutung, Verelendung in dieser ganzen Ost-West-Entwicklung gemacht hat, auf die heruntergeschaut wurde. Und das muss man doch halt entsprechend aufgreifen als Linke. Wir brauchen eigentlich zwei Klassenanalysen und zwei Verständnisse und zwei Herangehensweisen für dieses Land. Eine ostdeutsche und eine westdeutsche. Ja, darüber hinaus ist es ja auch einfach, wenn wir uns das Gesamtdeutsch anschauen, dass radikale Linke sich der Realität sehr, sehr ungern stellen und das ungern hören, dass eben für die meisten Deutschen, genauso für die meisten deutschen Migranten, der Positivbezug auf die eigene Nationalität, Kultur und Sprache selbstverständlich ist. Und deswegen auch so eine eher herablassend verächtliche Haltung gegenüber der eigenen Lokal- und Nationalkultur einfach wenig ansprechend ist. Und daraus führt, glaube ich, auch häufig so ein bisschen diese Wahrnehmung von der radikalen Linken als ein Eliten- und Akademikerprojekt. Das hängt natürlich auch einfach mit der realen Zusammensetzung zu tun und dem häufigen akademischen Duktus. Aber es ist nun mal auch so eine Sache, dass jetzt so ein Weltbürgertum oder wahlweise dann in liberaleren Kreisen auch einfach so ein Positivbezug auf EU-Identität oder auch einfach nur eine subkulturelle Abgrenzung und eine Rebellion gegen das autoritäre Volk primär eben auch eine Sache ist, die für akademische Kreise ansprechend ist. Das führt auch dazu, dass die AfD eben in ihrer rechtspopulistischen Politik die Linke als Zitat volksfeindlich und auf Seite der Regierung darstellen kann. Jetzt muss die Frage eben sein, wie wir mit dieser Problematik umgehen. Denn die Sache ist die, es wird eine identitätspolitische Strategie von der Linken, genau wie von der Rechten formuliert. Und in der Linken stellt sie sich eben so dar, dass sie große Erzählungen aufmacht und eine positive Identität für verschiedene marginalisierte Gruppen absolut zurecht schafft. Nur es muss halt auch eben, um für breite Teile der Bevölkerung auch attraktiv zu sein, eine Identität für die ganzen Teile, die jetzt von der AfD angesprochen werden, geschaffen. Die fast unlösbare Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, nicht in ein möglicherweise reaktionär abrutschenden Linksnationalismus zu verfallen, der marginalisierte Gruppen als störend Friede klein hält und ausschließt, sondern eine nicht künstlich wahrgenommene neue Arbeiterkultur mit unverkrampftem Einbezug deutscher Lokalkultur zu schaffen, welche positiv auch die Momente der deutschen Revolutionsgeschichte hervorhebt und somit eine große Erzählung schafft, die eingebunden werden kann in die revolutionäre internationale Arbeitergeschichte. Und wenn euch auch dieses Thema von Identität, deutscher Geschichte, revolutionäre Haltung mehr interessiert, das ist auch was, was wir beispielsweise in unserer Folge zu den deutschen Bauern versucht haben oder auch schon in der Folge zu dem deutschen Nationalismus intensiver besprochen haben. Ich finde auch die große Kontroverse um solche Fragen der deutschen Identität zeigen uns auch, wie verhangen wir oft in den liberalen Diskursen sind und zeigt uns, wie sehr wir wieder auf eigene Antworten auf die Fragen unserer Zeit setzen müssen. Das ist die Säule 4, denn wenn wir nur die Position der AfD kritisieren und die bestehenden Institutionen nicht im gleichen Maße ablehnen, wird die radikale Linke nie als wirkliche Alternative wahrgenommen werden. Zum einen zeigte sich dies in fehlenden Strategien, in den großen Krisen von Corona über Ukraine-Krieg, aber auch jetzt ganz aktuell die großen Bauernproteste. Aber auch eben in längerfristigen Fragestellungen, beispielsweise wie wenig wir das Thema der Sicherheitspolitik behandeln. Radikale Linke kritisieren zu Recht die Problematik der Institutionen Polizei, aber ohne weitreichend realistische Szenarien für einen Übergang von der aktuellen Sicherstellung der Sicherheit durch eine stark ausgebaute Polizei hin zu einer anderen Form der Sicherheitspolitik anzubieten. So wird die Linke von vielen Menschen einfach nur noch als zusätzliche Belastung in Zeiten wahrgenommen, in der man in manchen Kriminalitätsfeldern steigende Unsicherheit wahrnimmt. Linke, das heißt für viele Fuck Cops und ACIB. Stattdessen müssen wir doch konkrete eigene Lösungen, wie zum Beispiel ein systematisches Konzept von demokratischen Nachbarschaftswachen, mit Schlichtungskompetenzen überlegen. Eine Verlagerung von polizeilichen Aufgaben auf spezialisierte SozialarbeiterInnen mit genereller Kritik an der Kriminalität, die durch den Kapitalismus herbeigeführt werden. Im Jetzt müssen wir an konkreten Lösungen arbeiten und auf die Unzuhänglichkeiten verweisen, die natürlich auf der einen Seite von diesem System ausgehen mit ihren angeblichen Lösungsvorschlägen, aber auch, dass wir halt eben aufzeigen, dass unsere Lösungen im Jetzt natürlich auch fehlerhaft sind und auch wahrscheinlich in Zukunft in einer gesellschaftlichen Umsetzung nicht perfekt sein werden, aber es auf jeden Fall den Versuch wert ist, anhand der chaotischen Zustände, welche diese Herrschaft hervorbringt, die er vermeintlich die Ordnung schaffen soll. Und das bringt uns natürlich auch zu unserer fünften Säule, unseren eigenen Utopien, denn diese Ansätze, die wir im Jetzt schon versuchen aufzubauen, Alternativen zu diesem System zu schaffen, Menschen dazu anzuregen, Dinge ganz anders zu betrachten und aus neuen Blickwinkeln zu sehen, das geht nur mit einem Ausblick auf eine andere Gesellschaft. Und ich glaube, hierbei wird von Linken häufig vergessen, wie wir jetzt auch dargelegt haben, wie stark die AfD mit gerade, nochmal besonders im populären rechtsradikalen Flügel, aber auch darüber hinaus, mit konkreten Utopien und Dystopien arbeitet. Die AfD sieht sich selber als letzte Hoffnung für Deutschland im entscheidenden Endkampf. Entweder wird Deutschland als homogener Staat mit innerer Einheit aus Volk, Nation und Staat wiedergeboren oder geht unter in Krieg, Korruption und multikultureller Hölle, aufgrund von verblendeten Ideologen und globalen Strippenziehern. Das ist halt auch einfach eine Erzählung, das kann keine andere Partei bieten. Und ja, selbst die radikale Linke tut sich in Deutschland immer wieder schwer, wie wir auch in unserer hundertsten Folge über unseren Weg zur Revolution kritisiert haben, mit konkreten Utopien. Sie teilt zwar und ergänzt konkrete Dystopien, wie wir sie auch im Liberalismus finden, also Faschismus, Klimakatastrophe, Weltkrieg etc., durch ein stärkeres Verurteilen des Kapitalismus, aber die eigenen Utopien bleiben häufig so vage, dass sie dem Gegenüber wie so ein unerreichbares Schlaraffenland rüberkommen. Das passiert ja auch häufig wegen eines Bilderverbots, wo sie dann gar nicht mehr erklärt werden oder dann anhand der Organisierung des Putzplans in der lokalen linken Kneipe als erstes Beispiel des neuen Gesellschaftsentwurfs dargestellt werden müssen. Das ist halt die Sache, wir werden niemanden überzeugen, wenn wir nicht erstens uns diesen Vorstellungen von dem immer nahenden apokalyptischen Endkampf verwehren, weil er grundsätzlich zu falschen Hoffnungen und falschen Schlüssen führt. Ich wollte dazu auch gerne nochmal unsere 107. Folge, in der wir die apokalyptische Ideologie kritisieren. Zweitens, wenn wir nicht eine tatsächliche konkrete Vorstellung haben, was nach dem Kapitalismus kommen soll, mit all seinen Problemen und Widersprüchen, aber auch konkreten Lösungen, die daraus entstehen müssen. Dann nochmal, wie gesagt, unsere 100. Folge, wo wir wirklich diese Transformation auch dargestellt haben, wie sie in Deutschland aussehen könnte. Weil am Ende ist es so, nur wenn wir so einen Plan haben, nicht mehr nur gegen eine rechte Alternative, sondern auf eine eigene Transformation der Welt hin arbeiten, dies auch logisch und schlüssig und verständlich so formulieren, dass unser Gegenüber nicht mehr sagt, ja, das wäre ein schöner Traum, sondern, alles klar, wo fangen wir an? Dann und nur dann können wir auch eine reale Alternative zum bestehenden System und seinen falschen Alternativen sein. Und das ist auch unser Schlagwort in Anbetracht dieser breiten Kämpfe, wie sie aktuell und die letzten Wochen gegen die AfD geführt werden. Wir wollen euch motivieren, über diesen Protest hinaus zu gehen. Es gibt keine Alternative zu, unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen. Wenn wir dabei stehen bleiben, einfach nur, wenn es mal wieder eine besonders katastrophale Nachricht gibt, wie mit diesem Geheimtreffen, dann in einem großen Bündnis mit denen, um in der Sprache der Rechten zu verweilen, Altparteien auf die Straße gehen, dann werden wir niemals, niemals diese Entwicklung des Rechtsrucks aufhalten. Wir werden immer nur vielleicht eine punktuelle Verzögerung, eine punktuelle Schwächung der besonders hartnäckigen Kräfte dieses Rechtsrucks in Form der AfD an diesem Beispiel erreichen können. Und deshalb müssen wir endgültig, und das macht es vielleicht ein wenig auch als eine halb apokalyptische Aussage, denn es stimmt halt, die Zeiten sind ernst. Da müssen wir uns nichts vormachen, das wissen wir alle. Wir stehen nicht vor dem nahen Untergang, wir stehen nicht vor dem Faschismus, aber wir stehen mittlerweile in einer Phase, wo wir nicht mehr in einer Situation uns befinden, wo alles einen ruhigen Gang geht, wo wir in Ruhe unser Ding machen können, wo wir in Ruhe über irgendwelche kleinteiligen Auseinandersetzungen innerhalb der linken Szene führen können. Es ist verdammt nochmal Zeit, jetzt endlich ernst zu machen, mit unseren Anliegen gesellschaftliche Gegenmacht aufzubauen. Nur in diesem Sinne, wenn wir uns organisieren und zusammenschließen und damit anfangen, können wir auf Dauer eine Alternative zu diesem System und den Nazis, den Rechten und auch der faschistischer werdenden AfD etwas entgegensetzen. Und das bedeutet eben auch, im Kontext der AfD, dann als organisierte Kräfte, die nicht mehr klein und marginalisiert sind, eine vernünftige Strategie zu entwickeln, wie wir den antifaschistischen Kampf auf die AfD anwenden. Denn es ist doch überdeutlich klar geworden aus dem Gesagten, der Kampf gegen die AfD, das ist kein Kampf gegen eine lokale kleine Nazi-Bande, das ist ein Kampf gegen eine Organisation, gegen eine Partei, deren Millionen Menschen anhängen, den ganz normale Nachbarn und Nachbarinnen von uns anhängen, die aus unterschiedlichen Gründen diese Partei wählen. Und es wird halt immer mehr eine Volkspartei, deswegen müssen wir unsere Strategie und sehr herangehensweise, müssen wir doch anpassen auf diese Situation. Wir können nicht einfach so weitermachen mit, wir isolieren diese Leute, wir halten diese Leute klein, indem man nicht mehr mit ihnen spricht etc. pp. Klar, man muss gegen die harten Akteure, gegen die harten Kader von denen auch in der klassischen Antifa-Manier mal vorgehen, alles keine Frage. Aber die dürfen niemals dabei stehen bleiben. Wenn wir das weitermachen, dann trägt diese antifaschistische Kleingruppenstrategie von gestern doch nur zu dem Erfolg von der faschistischen Machtnahme bei. Nur wenn wir daran arbeiten, dass Antifaschismus wieder massenfähig wird, und zwar revolutionär von unten, haben wir eine Chance.